Hallo zusammen! Heute haben wir ein neues Video zum Prüfungsteil Gemeinsam etwas planen. Unser Thema heute ist zusammen ein Picknick machen. Wir schauen uns die Situation an und dann planen wir zusammen. Sie möchten nächstes Wochenende mit Ihrem Freund, Ihrer Freundin ein Picknick machen? Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten? Hier sind einige Notizen. Wann, wo, Verkehrsmittel, Essen, Getränke und was braucht man noch? Nun planen wir gemeinsam. Hallo Davide, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Gut, danke. Wir wollen nächstes Wochenende ein Picknick machen. Hast du Zeit und Lust? Das ist eine tolle Idee. Ich bin dabei. Aber wann genau? Am Samstag oder am Sonntag? Am Samstag kann ich leider nicht. Wie wäre es mit Sonntag? Am Sonntag passt es mir gut. Und um wie viel Uhr treffen wir uns? Ist es für dich okay, wenn wir das Picknick am Nachmittag machen, so gegen 16 Uhr? Einverstanden. Hast du eine Idee, wo wir Picknicken? Ich schlage vor, dass wir in den Ostpark gehen. Was denkst du? Der Ostpark ist zu klein und sonntags immer voll. Ich finde es besser, wenn wir in den englischen Garten gehen. Ich bin auch dafür. Gute Idee. Fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Auto? Wir fahren lieber mit dem Auto, damit wir das Picknick nicht tragen müssen. Dann müssen wir aber einen Parkplatz finden. Das wird schwierig sein. Da hast du völlig recht. Dann fahren wir mit der U-Bahn. Was wollen wir beim Picknick essen und trinken? Hast du eine Idee? Ich könnte Pizza backen und mitbringen. Ich kann auch Cola kaufen. Wie findest du das? Das hört sich sehr gut an. Ich mache Nudelsalat und bringe Nüsse und etwas Obst mit. Gute Idee. Was brauchen wir noch? Hast du eine Decke? Ja, ich habe eine große Decke. Ich bringe sie mit. Wir könnten auch Fußball spielen. Hast du einen Ball? Leider nicht. Aber wir könnten Badminton spielen. Ich habe einen Federball und zwei Badmintonschläger. Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe Badminton. Gibt es noch etwas? Nein, wir haben alles schon geklärt. Dann bis Sonntag. Bis Sonntag. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.